Die Fotokoch-Fototage stehen an und mit am Start werde ich auch sein, unter anderem mit einem Live-Shooting, was auch gestreamt wird, aber auch mit Fotowalks vor Ort in Düsseldorf. Und ich möchte mit diesem Video hier einfach so ein bisschen diese Fototage einläuten, vielleicht auch ein bisschen digitaler, aber es geht um die Kamera, die vor mir liegt, das ist eine Alpha 7 IV, beziehungsweise nicht nur über diese Kamera, sondern es geht um alle Sony-Kameras, die diese Funktion beinhalten, und zwar die sogenannten Kreativ-Modi. Die Kreativ-Modi, wie kann man das am besten beschreiben, sind die interne Bildbearbeitung und Export der Kamera. Bedeutet, wenn ich ein Foto mache, kann ich ja in RAW und auch in JPEG abspeichern, entweder oder, es gibt also alle drei Varianten, und wenn ich in JPEG abspeichere, sogar wenn ich kein JPEG abspeichere, wird in das RAW eine kleine JPEG-Datei gepackt, dann muss die Kamera irgendwie wissen, wie das Bild entwickelt werden soll. Und dafür gibt es die sogenannten Kreativ-Modi. Und ich bin ein sehr großer Fan davon, aus einem ganz einfachen Grund, wenn man heutzutage fotografiert, will man die Bilder möglichst schnell online haben, vielleicht Instagram, Facebook oder sonst wo. Und genau das ist der Punkt, wenn die dann einfach den entsprechenden Kreativ-Modi haben, der eben zur jeweiligen Motive und Aufnahmesituation passt, dann sieht das alles direkt besser aus und es ist auch alles viel einfacher. Und genau deswegen wollte ich einfach mal an dieser Stelle über den jeweiligen Kreativ-Modi sprechen und einfach ein paar Tipps geben, wie man das Ganze macht. Achtung vorweg, nichts passiert mit der RAW-Datei, die bleibt komplett frisch innen drin, auch wenn sie dann dadurch natürlich anders angezeigt wird, wenn man den Kreativ-Modi einsetzt. Also wie machen wir das Ganze? Ich gehe natürlich erstmal ins FN-Menü. Und dort findet sich dann unter anderem im Standard-Menü dieser Modus, der Kreativ-Modus hier. Und wenn ich da draufklicke, dann werden wir der kreativer Look eben, früher hieß es glaube ich noch Kreativ-Modus, angezeigt. Man sieht auch, das sind jetzt die neuen Module. Wenn jetzt ein 7 Alpha R3 oder Alpha 7 R2 irgendwie am Start ist, dann hat man nicht so viele Einstellmöglichkeiten. Aber erstmal kann man die unterschiedlichen Modi auswählen. Zum Beispiel Portrait, Neutral, Vivid, Vivid 2, Flat ist das, innen, weiß ich gar nicht was heißt und das ist glaube ich Shallow. Und BW steht natürlich von Black & White. Wichtig, diese ganzen Modi, die sind nicht nur, dass man ein bisschen Kontrast oder Klarheit verschiebt oder Schärfe, sondern die nehmen wirkliche Farbanteile und verstärken gewisse Farbbereiche. Das sieht man am besten an der Farbtafel, wo eben eingeblendet wird, wie stark die jeweilige Dominanz eben verschoben wird. Früher gab es zum Beispiel auch irgendwie Landschaft und dergleichen, da hat man dann blau- und Grüntöne verstärkt. Aber das ist, was Sony hier gemacht hat, schon richtig, richtig solide, denn man hat die wirklich wichtigen Modi dabei. Vivid und Vivid 2 zum Beispiel sind sehr farbverstärkend und kontrastverstärkend. Flat und In und Shit sind zum Beispiel eher reduziert von der Kontrastheit und geben eher ein milderes, sehr viel ausgewogeneres Bild. Standard ist natürlich der absolute Standard und neutral finde ich noch ein bisschen besser ausgewogen. Portrait bin ich übrigens der Meinung, PT ist der absolute Hass-Modi von mir, weil der verstärkt meiner Meinung nach die Rottöne zu stark und es sieht oftmals nach Sonnenbrand aus. Also ich bin zum Beispiel kein Fan für Portrait-Modi in Portraits. Ich nutze den ehrlich gesagt gerne bei Sonnenuntergängen, weil dort verstärkt er nur die Rottöne und das sieht sehr, sehr, sehr genial aus, wenn man Portrait bei Sonnenuntergängen verwendet. Hier unten gibt es nochmal eine zweite Bank, da kann man die ganzen jeweiligen Modi nochmal verändern, denn wenn ich jetzt hier einmal nach rechts klicke, gehen wir mal einfach auf Neutral, das ist mein Standard-Modi, dann komme ich hier in die Möglichkeiten rein, den jeweiligen Kreativ-Look zu verändern. Was Kontrast macht, ist natürlich ganz klar, man kann ihn jetzt bei den neuen Sony-Modellen plus 9 und minus 9 stellen, also im viel höheren Bereich. Viel schöner finde ich auch bei den neuen Sony-Modellen, dass man Spitzlichter getrennt von den Schatten verändern kann. Bedeutet, ich kann wirklich unterschiedlich stark die Highlights und die Shadows verändern und das ist natürlich wunderschön. Meistens, gerade bei mir in den Portraits, versuche ich die Highlights zu verstärken, ohne die Schatten zu verändern, weil die tendenziell werde ich auch oftmals eher aufhellen, damit ich eben vermeide, dass da was absäuft. Verblassen ist so ein Instagram-Filter, der kommt glaube ich wirklich von Instagram und der sorgt dafür, dass die Bilder einfach so ein bisschen grauiger, so milchiger werden. Ist sehr schön, auch gerade bei Schwarz-Weiß, hat aber auch was, was gerade bei Landschaften ein bisschen malerischer aussieht. Sättigung ist natürlich klar, bunt oder wenig bunt, man kann da minus 9 machen, wird aber kein Schwarz-Weiß draus. Und dann gibt es eben hier die Schärfe, der Schärfebereich, das ist sozusagen der Trenner. Also das muss man sich so vorstellen, wie wenn man jetzt bei Photoshop maskiert, die Schärfe maskiert und dort eben einstellt, wo die Grenze ist, wo die Schärfe jeweils einsetzt. Und dann gibt es eben die Klarheit. Die Klarheit ist im Gegensatz zur Schärfe eher auf die groben Kanten bezogen. Also wenn wir uns jetzt zwei Beispielbilder nehmen, dann könnte man mit der Schärfe sozusagen die Textur verstärken, also zum Beispiel die Textur auf meinem Pulli. Aber wenn ich jetzt hier die Kanten und die Ränder und die großen Falten verstärken wollen würde, dann wäre das die Klarheit. Und so kann man eben den ganzen Modi jeweils anlegen. Ich mache meistens, dass ich ein bisschen Kontrast hinzufüge, sehr stark die Spitzlichter, ein bisschen erhöhe die Schatten oder lassen wir einfach mal bei Null, das muss ich immer vom Motiv abhängig machen. Verblassen nutze ich sehr selten. Sättigung gehe ich meistens ein bisschen runter, weil ich es mag, es gar nicht so bunt. Und Klarheit nehme ich oftmals ein bisschen hoch, damit ich einfach ein bisschen mehr Punch in den Bildern drin habe. Genau darum geht es. Man muss heutzutage meiner Meinung nach als Fotograf und als Fotografin möglichst perfekt in der Kamera fotografieren. Dafür sind diese Kameras ja auch gemacht. Digitaler Sucher, man sieht direkt, was man bekommt. Man kann direkt alles erkennen. Wenn man zu viel Kontrast hat, dann nimmt man die vorher raus. Und was man hinterher dann in Photoshop noch macht, beim Urlaub, Wochen später, das ist ja völlig in anderen Sternen stehen sozusagen. Aber wenigstens kann ich mit einem Bild direkt fertig mit der Fn-Taste dann weiter das Bild aufs Handy schicken. Smartphone Transfer mit der Sony, sage ich bloß. Und dann hat man eigentlich perfekte Fotos in der Aufnahmesituation. Also, Kreativmodi sind auf jeden Fall ein definitiver Blick wert, vor allem für Hochzeitsfotografen und für diejenigen, die viele Bilder abgeben müssen in schneller Zeit, lohnt es sich, da gewisse Looks zu machen. Und man kann zum Beispiel auch mit einem extremen Weißabgleich spielen und dann eben die Sättigung wieder runternehmen und dann kriegt man so einen Tönungseffekt und so weiter. Also, man kann da wirklich sauber gut spielen. Und jetzt kommt noch der letzte Tipp. Und zwar, es gibt ja das Sony-Tool, Edit-Tool, der Editor, mit dem man Rohdaten vom Sony hauseigenen Programm verändern kann. Und dort sind die Einstellungen identisch wie in der Kamera. Das heißt, wenn ich dort ein Bild verändere und ich merke, oh, ich hätte da mehr Kontrast gebraucht oder weniger, dann kann man da sehr schön Rückschlüsse ziehen und sagen, ach, beim nächsten Mal weiß ich es. Und da lernt man echt sehr viel. Also, auch das in Verbindung mit dem Sony-Editor ist eine richtig schöne Kombo. Irgendwann kann man dann auch, wenn man die Rohdaten anfasst, natürlich Lightroom oder Capture One nehmen. Aber man lernt extrem, weil der Editor von Sony eben genau die Einstellungen beinhaltet, die die Kamera hat. In diesem Sinne, ich freue mich den einen oder anderen oder die eine oder den anderen auf den Fototagen von Fotokoch zu sehen. Und ansonsten eben online oder einfach mal irgendwann anders, wenn es wieder Fotomessen gibt, beziehungsweise vielleicht auch mal live bei Fotokoch im Geschäft.